Als Erstes hat für die SPD-Fraktion die Fraktionsvorsitzende Abg. Faeser das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Alle Jahre wieder freuen wir uns auf den Advent, auf Weihnachtsmärkte, auf Heiligabend mit der Familie, auf vieles müssen wir in diesem Jahr verzichten. Leider, sogar mein fünfjähriger Sohn merkt, dass dieses Weihnachten anders sein wird als andere. Und so schwer es uns allen fällt, so unverzichtbar sind die Opfer, die wir in diesem Jahr bringen müssen – nicht, weil irgendwer in diesem Haus diese Einschränkungen Freude hätte, ganz im Gegenteil, sondern weil sie Leben retten, meine Damen und Herren. Beifall Freie Demokraten, vereinzelt CDU, BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN, die Zahl der COVID-19-Infizierten bleibt immer noch zu hoch. Diese Zahlen sind sehr abstrakt, doch die Schicksale, die dahinter stecken, die Folgen sind sehr konkret. Denn die Intensivkapazitäten und das Gesundheitssystem sind schon jetzt sehr belastet. Deswegen war es vorletzte Woche richtig, weitere Einschränkungen vorzunehmen. Es ist auch richtig, in Hotspots weitere Maßnahmen vorzunehmen. Herr Bouffier wird schon länger von den dort Verantwortlichen gefordert, dass sie dort Unterstützung bekommen. Herr Ministerpräsident, ich weiß nicht, ob es klug ist, jetzt vor Weihnachten bis nach Silvester diese Ausgangssperre zu beschließen. Aber Sie haben das alleine entschieden. Dann tragen Sie auch allein die Verantwortung, meine Damen und Herren. Sie haben uns gerade erst darüber informiert und keine Sekunde früher. Meine Damen und Herren, Herr Bellino, ich gehe davon aus, dass niemand hier Freude hat, diese Einschränkungen vorzunehmen, sondern es geht darum, die Belastung des Gesundheitssystems zu vermeiden, und es geht darum, Menschenleben zu retten. Das Ziel ist klar. Über die Frage, wie man es erreichen kann, kann und muss man demokratisch streiten. Deshalb haben wir von Anfang an gefordert, das Parlament intensiv zu beteiligen. Auch, weil wir in einem Rechtsstaat und in einer Krise umso mehr immer gelten müssen, muss jede Maßnahme verhältnismäßig sein. Klar ist auch, dass die Überlegungen und Entscheidungen der Ministerpräsidenten immer eine Güterabwägung sind, nicht mehr und nicht weniger. Ich möchte auch davor warnen, dass man glaubt, dass es die eine Entscheidung gibt, die alles auf einen Schlag besser macht. Die gibt es nicht. Diese eine Entscheidung gibt es nicht. Ich glaube, das werden wir miteinander feststellen können. Das eine oder andere Land in Europa muss im Moment feststellen müssen. Schauen wir einmal in die Schweiz. Ich hoffe, dass wir das anders machen. Das sollte uns davor warnen, dass solche Zustände hier in Hessen auch entstehen. Meine Damen und Herren, die große Zahl der Menschen, die infolge bzw. an dem Virus gestorben sind, ist sehr bedrückend. Noch bedrückender sind die tragischen Momente, die Schicksale, die hinter diesen Zahlen stehen. Sie werden weder durch Zynismus noch durch Absurde vergleichbar kleiner. Wer sich wegen einer Demo mit Sophie Scholl vergleicht, wer sich wegen einer Kontaktbeschränkung mit Anne Frank vergleicht oder die Alltagsmaske mit dem Judenstern verharmlost beides zugleich. Meine Damen und Herren, nämlich auf der einen Seite die Menschheitsverbrechen des Naziregimes und das echte Leiden der Menschen in dieser Pandemie. Meine Damen und Herren, das geht überhaupt gar nicht, und es ist auch unsere Aufgabe, diesem entgegenzutreten. Diese Pandemie ist einzigartig. Das macht es so schwierig, zu jedem Zeitpunkt die richtigen Maßnahmen zu treffen. Deswegen stehen wir Sozialdemokraten auch hier in Hessen an der Seite der Ministerpräsidenten, der Bundesländer und der Bundesregierung. Die Entscheidungen sind schwer, sie haben für und wieder. Sie sind manchmal in der erkennbaren Selbsteinschätzung der Ministerpräsidenten aber auch nicht unfehlbar. Das sage ich auch dazu. Beifall Freie Demokraten, vereinzelt CDU und SPD Dieser Blick in diese Runde alleine reicht nicht aus, denn wir haben hier gemeinsam eine wichtige Aufgabe. Für uns gehört es natürlich dazu, die Maßnahmen in diesem Bundesland zu beurteilen und genau zu betrachten. Herr Bouffier, da geht es nicht um klein-klein, sondern es geht schon um große Eingriffe, die die Menschen in ihrem Alltag sehr belasten. Für uns Sozialdemokraten ist dabei immer eine Frage der Maßstab. Was wäre unsere Antwort, wenn wir diese Regierung anführen würden? Das ist der Anspruch, den mich und meine Fraktion bei allen Maßnahmen immer haben. Ich bin überzeugt, wir würden nicht alles anders machen, aber einiges besser. Ich will ein Beispiel von Ihnen aufgreifen. Sie kritisieren, dass die Novemberhilfen in Ihrem Beitrag nicht gezahlt werden. Die Bundesregierung hat die Novemberabschlagszahlung von 10.000 € gestern und heute auf 50.000 € angehoben. Herr Ministerpräsident, wir hätten an Ihrer Stelle für den Übergang ausgeholfen und hätten den Unternehmen eine Übergangszahlung geleistet. Da Sie das nicht gemacht haben, haben manche Kommunen das dieser Tage geleistet. Meine Damen und Herren, man kann einen anschreien, aber das macht es in der Krise nicht besser. In der Krise gehört auch dazu, sich auf die wesentlichen Dinge zu konzentrieren. Der Ministerpräsident hat letzte Woche deutliche Worte in Richtung des CDU-Fraktionsvorsitzenden Brinkhaus im Deutschen Bundestag gefunden. Ja, Sie hatten nicht ganz Unrecht damit. Aber ist es wirklich das, was die Menschen in der Krise brauchen? Wem helfen diese wechselseitigen Schuldzuweisungen in der CDU im Moment weiter? Ist es die größte Sorge der Menschen, wer die Kosten für die Schließungen derzeit tagen muss? Ich verstehe, dass Ihnen das Schicksal der CDU am Herzen liegt, Herr Bouffier. Doch jetzt ist nicht die Zeit für Kleinkriege innerhalb ihrer eigenen Partei. Die Frage ist nicht Merz oder Laschet, Bouffier oder Brinkhaus. Die Frage ist für viele Menschen in Hessen in dieser Krise eine ganz andere. Darum muss es in einem Regierungschef dieser Tage gehen. Meine Damen und Herren, nichts anderes. Ich habe es schon gesagt. Der Bund nimmt zugegebenermaßen sehr viel Geld in die Hand und während der Pandemie denjenigen zu helfen, die von Schließungen betroffen sind. Zugleich verstehe ich sogar Ihren Ärger. Ich verstehe es ja. Aber seien Sie ehrlich. Wie gehen Sie denn in Hessen mit den Kommunen um? Erwarten Sie denn nicht auch, dass die unterste Ebene alles umsetzt, was Sie beschließen, Herr Ministerpräsident? Die Erwartungshaltungen an die Gesundheitsämter sind das beste Beispiel und nun die Impfzentren, meine Damen und Herren. Die beantragten Zulassungen für Impfstoffe machen uns allen große Hoffnung. Deutsche Wissenschaftler waren damit mitverantwortlich, dass wir diese Hoffnung bekommen haben. Wir sind stolz darauf, dass der Impfstoff von Biontech sogar in Marburg produziert wird. Das zeigt, dass unser Land es schaffen kann, auch diese Krise zu meistern. Die entscheidende Botschaft ist aber, dass internationale Zusammenarbeit zum Ziel führt, wo nationale Alleingänge versagen. Wir haben eben nicht den nationalen Reflexen nachgegeben, wie jetzt in Großbritannien, sondern wollen im Rahmen einer Impfstoffallianz helfen, damit auch die Menschen in anderen Ländern, die nicht diese Voraussetzungen haben, Zugang zum Impfstoff bekommen werden. Das ist gelebte internationale Solidarität, meine Damen und Herren. Beifall Freie Demokraten, vereinzelt SPD, vereinzelt SPD, Freie Demokraten, DIE LINKE und DIE LINKE Aber nun geht es um die konkrete Umsetzung in unserem Bundesland. So froh ich bin, dass die Impfstrategie am Ende kam, so erstaunt war ich, dass Hessen auch in dieser entscheidenden Frage hinter anderen Bundesländern zurückhing. Nun gibt es seit wenigen Wochen einen Einsatzbefehl der obersten Katastrophenschutzbehörde. Es sollen 33 zentrale Impfstoffe gestraften werden, die an sieben Tagen in der Woche täglich 1.000 Menschen impfen lassen. Mein Appell ist an dieser Stelle klar, Herr Ministerpräsident. Lassen Sie die kommunale Ebene bei der Personalgewinnung nicht alleine. Denn dort gibt es viele offene Fragen. Wie viel darf den Ärzten, den medizinisch-technischen Angestellten und den medizinisch-verwaltungstechnischen Hilfskräften gezahlt werden? Wie erfolgt eine Qualifizierung möglichst unbürokratisch? Wie gewinnt man Kräfte aus dem Ruhestand? Wie erfolgt die Logistik? Was ist mit den Daten? Wo kommen die her? Sind es die Einwohnermeldedaten oder sind es die Daten von den Krankenkassen? Diese Fragen muss die Landesregierung beantworten. Wichtig wäre aus unserer Sicht auch die Einbeziehung der niedergelassenen Ärzte. Und zwar frühzeitig. Noch einmal. Lassen Sie die Landkreise und die großen Städte nicht alleine. Die fehlende Unterstützung der Gesundheitsämter während der gesamten Pandemie bis jetzt durch das Land muss hier ein warnendes Beispiel sein, meine Damen und Herren. So optimistisch mich die Aussicht auf den Impfstoff stimmt, so nachdenklich macht mich dieser Tage die sinkende Akzeptanz der Maßnahmen. Damit meine ich nicht die Minderheit, die unter dem Banner selbst genannter Querdenker gemeinsam mit Neonazis und Reichsbürgern auf die Straße gehen. Ich meine ganz normale Bürgerinnen und Bürger. Und ich bin überzeugt, wer Maßnahmen befolgen soll, muss sie zuerst einmal kennen und er muss sie auch verstehen. Erklären Sie den Menschen, warum diese Einschränkungen notwendig sind, warum alle ihre privaten Kontakte einschränken sollen. Erklären Sie, warum Maske- und Abstandsregeln wichtig sind, warum es richtig ist, sich impfen zu lassen. Und das ist doch das Entscheidende dieser Tage. Sie müssen es wirklich erklären. Und es geht nicht darum, wieder Werbekampagnen für Herrn Bouffier, für Herrn Al-Wazir und Co. zu machen. Was wir nicht brauchen, ist eine weitere steuerfinanzierte Werbekampagne, sondern wir brauchen eine echte Aufklärungskampagne für Hessen, meine Damen und Herren. Und das wäre ein echter Beitrag, um das Infektionsgeschehen schneller in den Griff zu kriegen. Denn diese Pandemie ist eine Frage der Gesundheit. Sie ist zugleich aber auch eine Frage des gesellschaftlichen Wohlstands. Es geht um Existenzen, es geht um Arbeitsplätze. Nur leider hat Hessen in der Krise das Pech, einen Wirtschaftsminister zu haben, der sich für Wirtschaftspolitik nicht interessiert. Den Anspruch auf Wirtschaftskompetenz erheben die GRÜNEN aber auch im Gegensatz zur CDU nicht. Wo sind denn die kurzen Striche von Herrn Bouffier in der Wirtschaftspolitik in der größten Krise in der Nachkriegszeit? Sie haben wieder in Ihrer Rede zu Corona diesen Bereich völlig ausgespart. Ich halte das für völlig unangemessen, Herr Ministerpräsident. Deshalb rufe ich Ihnen auch zu, Herr Ministerpräsident, Herr Bouffier, Herr stellvertretender Ministerpräsident, Herr Al-Wazir. Machen Sie endlich Ihren Job. Nehmen Sie die Anliegen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ernst, und tun Sie etwas für die Arbeitsplätze in Hessen. Machen Sie ein eigenes Hilfsprogramm für Soloselbstständige, für die Veranstaltungsbranche, für die Schausteller. Wenn es nur für den Übergang wäre, würde das schon reichen. Es kann doch nicht sein, dass Sie das völlig liegen lassen, auf andere verweisen, Schuldzuweisungen machen, aber Ihre Verantwortung in dem Bereich im Gegensatz zu anderen Bundesländern nicht wahrnehmen. Wo sind die Unterstützungsleistungen für diejenigen, die einen Ausbildungsplatz oder einen Praktikumsplatz dieser Teil benötigen? Sie lassen die Beschäftigten hängen. Bei Conti, bei Opel, überall dasselbe Bild. Tarek Al-Wazir sucht man vergeblich. Aktuell bei Opel. Auf der Demo war die SPD-Abgeordnete Kerstin Geis, meine Kollegin, aus dem Haus sonst niemand. Das sagt schon alles, meine Damen und Herren. Was würden wir anders machen? Wir würden an der Seite der Beschäftigten stehen und ihre Arbeitsplätze kämpfen. Doch nicht nur für die Beschäftigten überlassen Sie Ihrem Schicksal. Das Gleiche gilt für die hessischen Schulen. Jetzt haben Sie hier schöne Worte gefunden, Herr Bouffier, um zu bagatellisieren, dass das Infektionsgeschehen doch nicht so groß ist an den hessischen Schulen. Ich halte das für gefährlich dieser Tage. Was gilt denn? Haben die Gesundheitsämter denn alle Zahlen oder eben nicht? Wenn wir doch feststellen müssen, dass Infektionsgeschehen nicht mehr nachvollzogen werden konnten, sollte das für andere Bereiche auch gelten. Blicken wir doch noch einmal zurück. Die Vorbereitung nach den Sommerferien war eine Katastrophe. Danach wurde es auch nicht besser. Wir haben schon vor den Herbstferien gefordert, frühzeitig hat die SPD-Fraktion ein Konzept für den Wechselunterricht ab der 7. Klasse auf den Tisch gelegt. Es wurde einfach ignoriert. Das muss man doch einmal so anerkennen. Lange haben Sie gar nicht reagiert, und dann haben immerhin die Gesundheits- und Bildungsminister der Länder darauf reagiert und gesagt, wenn es die Gesundheitsämter vorsehen, dann dürfen Sie es auch machen. Aber Sie als Landesregierung haben lange darauf überhaupt nicht reagiert, meine Damen und Herren. Ich will es noch einmal sagen. Der Wechselunterricht ab der 7. Klasse ist doch dort, wo es funktioniert. Das ist doch die Grundvoraussetzung für dieses Konzept, dass es auch funktionieren muss. Das soll doch dann dafür sorgen, dass eben strukturierter Unterricht nicht ausfällt. Dafür ist es doch da. Dafür soll es doch dienen. Da sind wir doch in der Zielbeschreibung gar nicht weit auseinander. Aber der Weg dorthin, das ist doch die Frage, wie man dorthin kommt. Ich glaube, da kann Wechselunterricht einen wichtigen Beitrag leisten. Es musste jetzt erst die Ministerpräsidentenkonferenz wieder herhalten dafür, dass wir jetzt ab einer Inzidenz von 200 bis endlich anwenden können. Das hätte man schon viel früher in den Hotspots in Hessen machen können. Dann wäre vielleicht der ein oder andere Unterricht nicht ausgefallen. Herr Ministerpräsident, ich sage es noch einmal. Es geht nicht, dass man sich hier vorne hinstellt und sagt, das fällt nur an zwei Schulen der Unterricht aus. Es geht um die einzelnen Klassen, wo Unterricht ausgefallen ist, was man hätte damit vermeiden können. Mittlerweile geht es auch darum, den Druck für die Kinder herauszunehmen. Dazu heute auch kein Wort. Ich will es einmal sagen. Die Kinder sind dieser Tage unglaublich belastet durch wahnsinnig viele Klausuren, die stattfinden müssen. Warum geht man nicht einmal an den Lehrplan und entzerrt ihn, und macht es den Schülerinnen und Schülern dieser Tage auch ein bisschen leichter, meine Damen und Herren? Wir fänden es wichtig, dieser Tage auch schon darüber zu reden, warum denn zentrale Abschlussprüfungen nächstes Jahr stattfinden müssen. Kann man nicht dafür sorgen, dass man dort auch andere Regelungen findet? Auch das würde den Druck der Kinder in Hessen nehmen. Das scheint mir in der Pandemie, wenn es, wie Sie sagen, bis nächsten Sommer noch so weitergeht, mehr als angemessen, meine Damen und Herren. Sie haben es gesehen. In Frankfurt demonstrieren schon Schülerinnen und Schüler auch für unsere flexiblen Modelle. Und ja, bevor es jemand sagt, natürlich, wir regieren in Frankfurt mit. Und ich sage es hier trotzdem, weil wir nicht so sind wie andere, die ihre Verantwortung, wie beispielsweise bei der A 49, nicht wahrnehmen in der Regierung. Sie regieren. Und dieses Versagen des Kultusministeriums ist ein Versagen der gesamten Landesregierung, meine Damen und Herren. In neun Monaten kann ein Mensch das Licht der Welt erblicken. Eine echte Teststrategie hat die Landesregierung in dieser Zeit nicht hinbekommen. Ich höre jetzt mit Staunen, was alles gemacht wird in Hessen. Das ist aber uns im Sozialausschuss nicht vorgestellt worden. Und wir wundern uns auch, dass in manchen Bereichen, wo es wirklich notwendig wäre, die Schnelltests frühzeitig zu machen, wie in den Altenpflegeeinheimen, wie in den mobilen Pflegeeinrichtungen, wie zu Hause, wo es wichtig wäre, wenn Pflegekräfte nach Hause gehen, dass die auch getestet werden, um das Virus nicht zu verbreiten. Oder in den Einrichtungen der Wiedereingliederungshilfe, für die Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen. Dort wären die Schnelltests wichtig gewesen und eine gute Teststrategie von Anfang an, meine Damen und Herren. Daran fehlt es in Hessen. Nun gibt es ja immerhin eine Verteilung von den FFP2-Massen. Drei Millionen habe ich gelesen in Altenpflege- und Wiedereingliederungshilfen. Meine Damen und Herren, warum denn erst jetzt? Warum denn nicht früher? Warum nicht früher? Wir wussten doch, dass die vulnerablen Gruppen dort sind, und deswegen hätte man auch diese Strategie schon viel früher anwenden müssen. Über eine solch schlechte Performance, meine Damen und Herren, kann ich mich nicht einmal als Oppositionsführerin freuen. Denn es ist – das sage ich auch noch einmal bewusst, und darüber hat der Ministerpräsident auch nichts gesagt – in diesen Tagen wichtiger denn je an die Schwächsten in der Gesellschaft zu erinnern. Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen, Obdachlose gerade vor Weihnachten. Da ist es auch an der Landesregierung, diese Menschen nicht zu vergessen, auch sie zu gehören zur Gesellschaft. Gerade für sie müssen wir dieser Tage da sein. Meine Damen und Herren, diese Krise ist eine Zumutung, und sie hat uns als Parlament viele Zumutungen beschert. Eine Lehre muss sein. Es ist unverzichtbar, alle Maßnahmen, die Grundrechte einschränken, auf eine breite demokratische Legitimation zu stellen. Es gibt nun eine Rechtsgrundlage im Infektionsschutzgesetz, die wir begrüßen. Auch die Begrenzung der Geltungsdauer für Rechtsverordnungen, die dort auf vier Wochen festgelegt wurde, finden wir gut. Für Hessen liegen im Umgang mit den Rechtsverordnungen nun zwei Gesetzentwürfe auf dem Tisch. Ich hätte mir sehr gewünscht, dass es da eine gemeinsame Lösung hätte geben können. Schließlich geht es um unser aller Beteiligung. Aber was macht Schwarz-Grün? Sie haben entschieden, dass Ihr Entwurf nun ohne Anhörung einfach so beschlossen werden soll. Das ist der neue Stil in diesem Hause, den wir dieses Jahr beim Schattenhaushalt schon erleben durften. Was die Opposition dazu sagt, was externe Experten dazu sagen, ist Ihnen völlig egal. Das ist Ihre Art, in diesem Parlament Parlamentarismus zu führen. Es ist unglaublich und unverantwortlich, damit umzugehen. Ich finde das in diesem Bereich im Umgang mit uns besonders perfide. Denn es geht doch gerade um die Rechte von uns allen. Da hätte man doch zumindest einmal einen gemeinsamen Weg suchen müssen. Dass so etwas leider nicht mehr möglich ist, ist bezeichnend für den schwarz-grünen Umgang mit den Parlamentsrechten in diesem Haus, der übrigens bundesweit negativ hervorschlicht. Meine Damen und Herren, auch das würden wir Sozialdemokraten in diesem Haus anders und besser machen. Meine Damen und Herren, wir haben großes Glück, insgesamt in Deutschland zu leben, in einem Land, das die geeigneten Mittel, Instrumente und Strukturen besitzt, um diese Herausforderungen in der Krise zu bewältigen. Wir können, und das glaube ich, kann man diesen Tagen den Menschen zurufen, und es ist auch wichtig, positive Botschaften zu senden, diese Herausforderungen bewältigen. Wir können positiv in die Zukunft richten, weil wir einen Impfstoff haben, der demnächst kommt. Ich glaube, so schwer es uns allen fällt, in den nächsten Tagen ist es gut und richtig zuversichtlich, nach vorne zu schauen. Dank der überragenden Mehrheit der Menschen in diesem Land, die sich in dieser Krise tatsächlich solidarisch verhalten. Wir erleben das in unseren Nachbarschaften, in unserem ganzen Land. Und wir werden in den nächsten Tagen und Wochen vor dem Weihnachtsfest zeigen, dass Solidarität in diesem Land möglich ist, dass Solidarität auch unser Bundesland Hessen ausmacht. Ich wünsche allen Menschen in diesem Bundesland besinnliche und vor allen Dingen gesunde Weihnachten. Ich wünsche uns allen eine glückliche Hand, um unser Land sicher und stark durch diese Krise führen zu können. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, meine Damen und Herren. Vielen Dank, Frau Abg. Faeser. – Für die Fraktion BÜNDNIS 90 Die GRÜNEN hat der Fraktionsvorsitzende Abg. Wagner das Wort. 20 Minuten. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ich glaube, die Lage ist ernster, als es manche Debatte in den letzten Tagen und vielleicht der eine oder andere Beitrag heute den Anschein erwecken lassen. Wir haben 1,2 Millionen Menschen in unserem Land, die mit dem Coronavirus bislang infiziert sind. Wir haben 19.000 Tote im Zusammenhang mit COVID-19. Ja, wir haben es geschafft, dass wir aktuell kein exponentielles Wachstum mehr bei den Infektionszahlen haben. Aber wir haben weiterhin pro Tag 10.000, 15.000, manchmal über 20.000 Neuinfizierte in unserem Land. Das ist die Lage, mit der wir uns auseinandersetzen müssen. Und wenn wir nach Hessen schauen, wir hatten im September 200 Menschen mit COVID-19 in den Krankenhäusern. Ende November waren es 1.700. Wir hatten im September 20 Menschen auf Intensivstationen. Heute sind es 300 Menschen, die auf Intensivstationen wegen COVID-19 sind. Und das sind die Herausforderungen, um die es geht. Hier Antworten zu geben, ist der Kern dieser Debatte. Und vielleicht ist dann, wenn man sich das klar macht, worum es geht, die Erkenntnis doch vorhanden, dass diese Krise größer ist als manche kleinteilige Debatte und manche kleinteilige Kritik, die heute hier vorgetragen wurde. Vielleicht wächst dann auch die Erkenntnis, dass es doch richtig und notwendig ist, dass alle Bundesländer und die Bundesregierung in dieser Krise im Wesentlichen dasselbe machen. Im Wesentlichen dasselbe machen, weil sich alle Regierungen bewusst sind, wie groß die Herausforderung ist, weil alle Regierungen wissen, wie schwierig es ist, weil alle Regierungen wissen, dass man eben in dieser großen Krise nicht alles gleichzeitig regeln kann, mit Widersprüchen leben muss, damit leben muss, sich korrigieren zu müssen, damit leben muss, sich anzupassen. Und wenn das doch so ist, meine Damen und Herren, wenn alle Regierungen, wenn die Bundesregierung, gleich von welchen Parteien sie getragen werden, gleich wer die Ministerpräsidentin oder den Ministerpräsidenten stellt, es im Wesentlichen gleich machen, dann verstehe ich nicht, warum hier im Landtag immer wieder maßlos kritisiert wird, was in anderen Bundesländern auch die SPD oder die FDP in Regierungsverantwortung selbst so macht. Ich verstehe auch nicht die Debatte um die Parlamentsbeteiligung, weil wir bei der Parlamentsbeteiligung nicht auseinander sind. Übrigens findet die Parlamentsbeteiligung gerade eben statt. Gerade eben findet sie statt, meine Damen und Herren, für alle, die es vielleicht in ihrer Rede übersehen haben. Es gibt einen Unterschied, und das hat Frau Kollegin Faeser angesprochen. Wir wollen, dass die Parlamentsbeteiligung, dass die Abläufe, dass das Prozedere, dass die Legitimation all dieser Maßnahmen auch in dieser Plenarwoche eine gesetzliche Grundlage findet. Wir meinen das nämlich ernst mit der Parlamentsbeteiligung. Deshalb wollen wir das diese Woche noch beschließen. Die Kolleginnen und Kollegen der Opposition wollen das nicht. Sie sagen, die Parlamentsbeteiligung hat noch ein bisschen Zeit. Wir wollen das erst im Februar oder erst im März beschließen. Deshalb lassen Sie uns keinen Popanz aufbauen. Wir wollen die Parlamentsbeteiligung jetzt. Sie wollen sie gesetzlich im Februar und im März regeln. Der Meinung kann man sein. Aber erwecken Sie doch bitte keine falschen Einträge. Mehr möchte ich eigentlich zu der kleinteiligen Kritik und zu der krampfhaften Suche nach dem, was man kritisieren kann, obwohl man eigentlich – das hat Frau Kollegin Faeser dankenswerterweise gesagt – mit den Maßnahmen doch einverstanden ist. Mehr möchte ich dazu eigentlich gar nicht sagen. Weil, wie gesagt, die Krise ist größer als manche kleinteilige Kritik. Die Krise ist aber nicht so groß – und das ist mir die viel wichtigere Botschaft –, als dass wir sie nicht bewältigen könnten. Wir Menschen sind klüger als dieses Virus. Und es war zu Beginn der Krise richtig – und es ist immer noch richtig –, wir haben die Mittel zur Bekämpfung dieses Virus in der Hand. Und zwar jede einzelne und jeder einzelne. Kontakte begrenzen, Abstand halten, Hygieneregeln einhalten, Masken tragen – das ist das wirksamste Mittel. Und es ist ein Mittel, das jede und jeder einzelne beitragen kann, bevor wir über Maßnahmen reden, die auch die Politik ergreifen muss. Das ist mir ganz wichtig und ganz zentral, weil jede und jeder seinen Beitrag leisten kann. Und die Menschen tun das ja auch in überwiegender Mehrheit. Und dafür ist ihnen zu danken. Der Ministerpräsident hat das gesagt. Aber es gibt auch Menschen, die sich nicht daran halten. Oder es gibt Situationen, wo man sich nicht daran halten kann. Und dann ist natürlich gefordert, dass es Regeln gibt. Und diese Regeln in einer Demokratie machen die dafür gewählten Politikerinnen und Politiker. Weil ja immer auch wieder gefragt wird, warum gibt es diese Beschränkung? Was ist der Grund? Wie sind sie begründet? Damit sind sie begründet, dass in einer Demokratie Politikerinnen und Politiker Maßnahmen ergreifen müssen, um die Gesundheit von Menschen zu schützen. Und es glaubt bitte niemand, dass es irgendjemand Freude macht, so weit in das öffentliche Leben, so weit in das persönliche Leben, so weit in das wirtschaftliche Leben einzugreifen, wie es derzeit der Fall ist. Ganz im Gegenteil, meine Damen und Herren, unsere freiheitliche, unsere vielfältige, unsere bunte Gesellschaft lebt ja gerade davon, dass wir das in Normalzeiten nicht tun. Sie lebt von der Vielfalt, dass es eben nicht geregelt wird, dass es nicht vorgegeben wird. Aber wir leben nicht in normalen Zeiten. Wir leben nicht in Zeiten, wo jeder tun und lassen kann, was er will. Weil wenn jeder tut und lässt, was er will, dann gefährdet er eventuell andere. Und da, wo das Verhalten von Einzelnen und im Falle dieser Krise das unvernünftige Verhalten von Einzelnen die Freiheit von anderen einschränken, wodurch das unvernünftige Verhalten von Einzelnen Gefahren für die Gesundheit ausgehen, eine Überlastung des Gesundheitswesens droht. Und damit das nicht so abstrakt bei der Überlastung des Gesundheitswesens bedeutet, mehr Erkrankte bedeutet, mehr Schwererkrankte bedeutet, eventuell mehr Tote, dann ist die Politik gefordert, Regeln zu machen und den Gesundheitsschutz für alle in unserer Gesellschaft zu gewährleisten. Darum geht es, wenn wir über die Corona-Maßnahmen reden, meine Damen und Herren. Und deshalb haben wir uns im Frühjahr entschieden, einen vollständigen Lockdown zu machen, weil wir damals weniger über das Virus wussten, weil uns das als Vorsichtsmaßnahme angemessen und richtig erschien. Und mit dem, was wir damals wussten, war diese Entscheidung auch heute noch nach meiner Überzeugung richtig. Wir haben uns jetzt seit November und bekräftigt durch die neuen Beschlüsse der Konferenz der Regierungschefinnen und Chefs von Bund und Ländern dazu entschieden, einen Teil-Lockdown zu machen, in der Hoffnung, dass die begrenzten Eingriffe dazu führen, dass wir das Infektionsgeschehen unter Kontrolle bekommen. Und das war eine bewusste Entscheidung. Wir haben gesagt, Kitas, Schule, das weitgehende Offenhalten der Wirtschaft ist uns so wichtig, dass wir dafür auf der anderen Seite weitreichende Einschränkungen bei den privaten Kontakten, bei der Freizeitgestaltung, beim kulturellen und beim öffentlichen Leben verordnen und annehmen. Das ist die Entscheidung. Und ich finde diese Entscheidung nach wie vor richtig, meine Damen und Herren. Wenn es uns gelingt, mit diesen Einschränkungen das Virus zu begrenzen, dann ist das eine richtige Abwägung. Und über diese Abwägung kann man selbstverständlich diskutieren und man kann selbstverständlich anderer Meinung dazu sein. Nur eines sollte in der Debatte keinen Platz haben, dass die Existenz des Virus geleugnet wird und dass der Eindruck erweckt wird, dass die Menschen, die sich um den Gesundheitsschutz der Bevölkerung kümmern, dass die sich dieses Virus ausgedacht hätten. Es darf nicht Ursache und Wirkung verwechselt werden. Ursache für all die Maßnahmen ist das Virus und der Gesundheitsschutz der Bevölkerung und nichts anderes, meine Damen und Herren. Das muss klar bleiben. Und wer sagt, er findet die ergriffenen Maßnahmen falsch, der muss bitte schön auch sagen, was ihre oder seine Alternative ist. Es reicht eben nicht aus, in einer Frage, wo es um den Gesundheitsschutz der Bevölkerung geht, einfach zu sagen, so nicht. Die Entscheidungen, die Abwägungen sind mir zu schwierig. Ich finde diese oder jene Auswirkungen, und das sind gravierende Auswirkungen, die diese Einschränkungen haben, ich finde die zu weitgehend. Ja, sie sind weitgehend. Aber wer diese Position vertritt, meine Damen und Herren, der muss dann auch sagen, was seine Alternative ist. Es reicht nicht zu sagen, so nicht, sondern dann muss man auch sagen, wie dann will man die Pandemie verantwortlich bekämpfen. Niemand wünscht sich diese Entscheidung und niemand wünscht sich, sich darüber Gedanken machen zu müssen und auch in Verordnungen gießen zu müssen, wie wir alle unser Weihnachtsfest verbringen und wie wir Silvester verbringen. Niemand wünscht sich das. Warum ist es trotzdem notwendig? Es ist trotzdem notwendig, weil gerade Weihnachten und Silvester Anlässe sind, wo viele Menschen zusammenkommen. Und wo viele Menschen zusammenkommen, kann sich das Virus weiter verbreiten. Und das ist der Grund, weshalb wir uns auch von der Politik und in Verordnungen Gedanken machen, wie wir die Zahl der Kontakte begrenzen. Und deshalb finde ich, ist es auch hier eine verantwortliche Entscheidung, die die Regierungschefinnen und Chefs von Bund und Ländern getroffen haben zu den Regelungen für Weihnachten. Auch hier war es wieder eine Abwägung. Ja, es gibt die reine Lehre, die sagt aus epidemiologischer Sicht am besten gar keine Kontakte. Aber wir Menschen sind soziale Wesen. Wir Menschen wollen uns begegnen. Wir wollen unsere Liebsten sehen, gerade an Weihnachten. Und deshalb musste auch hier eine Abwägung getroffen werden zwischen alles ist möglich, sehr viele Kontakte sind möglich und gar nichts mehr ist möglich. Und der Weg, der gefunden wurde, ist, glaube ich, der richtige zu sagen, wir wollen zwischenmenschliche Begegnungen ermöglichen, aber in einem begrenzten Rahmen. Und auch hier gilt wieder, meine Damen und Herren, Politik macht Vorgaben, gibt Orientierung, weil auch viele Menschen fragen, wie sollen wir es denn machen? Wie ist es denn richtig angesichts dieser weltweiten Pandemie? Aber auch Regeln, weil sich einige unvernünftig verhalten. Deshalb machen wir diese Regeln für Weihnachten. Deshalb kümmern wir uns darum, wie wir dieses Fest gestalten. Aber richtig bleibt auch, auch an Weihnachten und an Silvester, jede und jeder Einzelne entscheidet darüber, wie viele Kontakte stattfinden. Jeder Einzelne, jeder Einzelne entscheidet darüber, dass sie sich auch an den Feiertagen an die Hygiene und an die Abstandsregeln hält. Und deshalb sind die Maßnahmen, die wir hier politisch ergreifen, wichtig, um den Bürgerinnen und Bürger Orientierung zu geben. Sie sind wichtig, um diejenigen, die sich nicht an die Regeln halten, zu sagen, so geht es nicht, ihr gefährdet mit eurem Verhalten andere. Aber es gehört auch dazu, die Verantwortung jedes Einzelnen und jeder Einzelnen in dieser Krise. Meine Damen und Herren, auch hier gilt wieder für Weihnachten, für Silvester. Wer hier fröhlich vorträgt, so nicht. Ich weiß es besser. Das ist falsch, was die Landesregierung macht, auch wenn es alle Landesregierungen so machen. Dann erwarte ich, dass man an diesem Redepult auch vorträgt, was der konkrete andere Vorschlag ist. Das gehört zu einer redlichen Debatte dazu. Wer Parlamentsbeteiligung ruft, es dann aber nicht ernst mahnt, weil er sein Gesetz erst im Frühjahr beschließen will, Wer Parlamentsbeteiligung ruft und den Eindruck erweckt, er oder sie würde es dann ganz anders machen, der ist in der Pflicht, an diesem Redepult den Hessinnen und Hessen zu sagen, wie er es denn ganz anders machen würde. Wir als Grüne in diesem Landtag, wir als Koalition würden es nicht anders machen, als die Regierungschefinnen und Chefs von Bund und Länder es vereinbart haben. Wir finden diese Abwägung verantwortlich, wir finden sie richtig und wir finden es auch richtig, dass diese Entscheidungen regelmäßig überprüft werden. Diese Überprüfung kann schon in der nächsten Woche zu anderen und zu neuen Ergebnissen führen. Das ist nicht so, weil sich Leute keine Mühe geben, weil Leute Dinge nicht zu Ende denken, weil sie nicht einen Masterplan haben wollen, sondern es liegt schlicht und ergreifend daran, dass wir alle unsere Maßnahmen immer wieder danach ausrichten müssen, wie sich das Infektionsgeschehen entwickelt hat. Es ist übrigens auch deshalb so, weil wir alle versuchen, die Eingriffe möglichst gering zu halten, möglichst milde zu halten. Aber zur Wahrheit gehört auch dazu, meine Damen und Herren, wenn das weiterhin nicht zum Erfolg führt oder nicht zu dem Erfolg führt, dass die Infektionszahlen auch tatsächlich sinken, dann werden auch weitere Maßnahmen notwendig sein. Deshalb finde ich es auch ausdrücklich richtig, dass heute das Corona-Kabinett für die Hotspots mit hohen Inzidenzzahlen weitere Maßnahmen beschlossen hat. Und keiner kann heute die Garantie geben, dass das die letzten Maßnahmen gewesen wären. Das gehört zu einer ehrlichen Debatte auch dazu. Wiederum nicht, weil das jemand Freude macht, nicht weil jemand ins Detail regeln will, sondern weil es für den Gesundheitsschutz der Bevölkerung erforderlich ist. Wir sind nicht in einer Phase, wo wir fröhlich über Rücknahme von Einschränkungen reden könnten. Dafür sind die Infektionszahlen weiter zu hoch. Wir sind in einer Phase, wo wir weiter jeden Tag überlegen müssen, ob wir nicht weitere Maßnahmen ergreifen müssen. Ich fasse zusammen, meine Damen und Herren, die Lage ist ernster als manche Debatte der letzten Tage. Die Krise ist größer als die kleinteilige Kritik, die wir hier manchmal im Hessischen Landtag hören müssen. Aber die Krise ist nicht so groß, dass wir sie nicht bewältigen könnten. Und deshalb nochmal mein Appell, Kontakte reduzieren, Abstand halten, Hygieneregel beachten, Alltagsmasken tragen. Das war, das ist das wirkungsvollste Mittel gegen dieses Virus. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Abg. Wagner. Ich hans diese Grenzen. Ich habe eine gute Idee, meine Güte und die Aufmerksamkeit gemacht. Ich habe ja das Gefühl, meine Güte und die eigenen Liebe, diese Menschen gewinniereлось wirklich nicht im Moment.